Hallo, das hier ist ein Update-Video und ich bin nicht allein. Nico ist hier, was hervorragend ist, weil mein Gedächtnis wie ein Sieb ist und außerdem, weil wir unter anderem darüber reden, dass ich weniger mache in der nächsten Zeit. Also das hier ist sozusagen ein Vorstellungen. Das heißt, du möchtest, dass ich mehr mache, oder? Nein, das stimmt. Vielleicht auch. Wir wollten eigentlich nur kurz erklären, was jetzt die nächsten zwei, drei Wochen bei uns auf Twitch und unseren YouTube-Kanälen passieren wird. Und die Kurzfassung ist, auf Twitch erstmal nix. Ja, auf jeden Fall deutlich weniger, wahrscheinlich sogar nichts. Ich mache tatsächlich eine kleine Winterpause. Ich nehme mir einen Urlaub von Livestreams und werde andere Sachen machen und insgesamt hoffentlich weniger machen. Ich gebe zu, das fällt mir schwer, aber ist vielleicht, glaube ich, mal ganz gut. Ja, mir fällt es auch schwer. Wir haben bisher immer über die Feiertage gestreamt. Oft an Weihnachten, an Silvester, an Neujahr, zwischen den Jahren mit unserer Community. Aber die letzten paar Monate waren jetzt so hart, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwo ein bisschen was einsparen. Und vor allem, Maigi braucht eine Pause. Deswegen ab der Woche vor Weihnachten, die ist jetzt, wenn wir es aufnehmen, bis irgendwann im Januar, macht zumindest Maigi eine Twitch-Pause. Wir streamen auf Twitch gar nichts bis Anfang Januar. Und alles, was wir aber stattdessen für euch vorbereitet haben, packen wir auf unseren YouTube-Kanal, beziehungsweise den Nebenkanal. Das heißt nicht, dass es also jetzt eine komplette Orkenspalter-TV-Winterpause gibt, aber über die Feiertage finden wir jetzt vor allem auf dem Let's Play-Kanal statt. Und dafür haben wir halt ein paar Sachen vorher schon produziert, beziehungsweise wir recyceln sie ein bisschen für diesen Kanal. Sie waren entweder auf Twitch oder sie waren nur für unsere Patrons bisher. Manche haben wir aber auch extra dafür produziert. Oder produzieren sie jetzt schnell noch, weil wir wieder mal viel zu sehr hinterherhinken in unserem Zeitplan. Warum ist das eigentlich so? Warum sind wir mal wieder so im Stress? Also in meinem Fall hat das zwei Gründe. Einmal, dass so zum Ende des Jahres hin verschiedenste Agenturen feststellen, dass sie da noch Geld haben, dass sie gerne in irgendwelche Aktionen stecken würden, sinnvollerweise, und sie dann zum Beispiel sehr spontan zwei Wochen vorher noch eine Spielleitung für ein großes Event buchen, worauf ich dann mehrere Tage nur damit beschäftigt bin, das vorzubereiten und Calls zu machen und dergleichen. Dann nach Berlin fahre und zurück und so weiter und so fort. Vollkommen aus der Luft gegriffenes Beispiel. Und zweitens, dass meine Gesundheit. Ihr hört es vielleicht ein kleines bisschen, dass meine Gesundheit in letzter Zeit auch recht angeschlagen ist. Also meinem Immunsystem, dem geht es nicht so gut, was vermutlich mit Stress zu tun hat. Das heißt, ich brauche einfach wirklich inzwischen aus körperlich, wirklich rein somatisch gesundheitlichen Gründen, denke ich, eine Pause, wo ich auch nicht ständig durch die Republik fahre, um ein bisschen einfach wieder fit zu werden. Also ich bin fast durchgehend immer irgendwie krank in letzter Zeit. Und das geht an die Substanz und das macht auch die Produktion nicht besser beziehungsweise es fallen dann Dinge aus, das macht dann mehr Stress. Es ist alles ein Teufelskreis, will man nicht. Es ist ja inzwischen so und wir haben ja unglaubliches Glück, dass das geht, dass wir fast vollständig von Orkensparta TV leben und das ohne, dass wir diesen Kanal mit Werbung voll ballern. Also wenn hier jetzt Werbung läuft, dann hat YouTube die da reingeschoben. Sorry. Nicht versuchen wir sie hier rauszuhalten, dank Patreon. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass wir immer mehr für diesen Kanal machen und immer mehr Leute mit ins Boot holen. Evie zuletzt, die ja jetzt wahnsinnig viel Programm auch gemacht hat. Ja. Aber seit so Mitte Oktober war halt wirklich nonstop irgendwas. So bis, ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir runtergerissen haben. Das war absurd. Jetzt war die Dreamhack noch, wo wir Shadowrun auf der Bühne gespielt haben. Zwei Cthulhu-Runden. Du hast zwei Cthulhu-Runden gehabt. Die Conspiracy mit fünf Spielrunden, das war immerhin online. Du warst zweimal in Berlin, davor und danach. Patreon-Treffen. Wir hatten diesen Dreh in der DDR-Gedenkstätte in Marienborn. Wir waren auf der Spielwiesen. Also es sind auch noch Sachen, die einfach parallel laufen, die noch nicht sichtbar sind, wie Schreiber an einem Roman. Du hast sehr, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, die Sachen für unsere Patreon-Goodies rechtzeitig fertig zu machen, dass die gedruckt werden können. Das Kilometer-Buch. Stimmt, wir haben noch ein kleines Buch produziert nebenbei. Die meisten davon sind jetzt in der Post, aber hier liegen noch ein paar Stapel mit Umschlägen, die ich noch rausschicken muss. Genau. An Rezensionen arbeiten, an Projekten fürs nächste Jahr arbeiten, schon Absprachen mit Leuten, die im nächsten Jahr ein Projekt mit uns machen wollen. Und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen auch, und das liegt zu 99 Prozent auf Nikos Schultern, die konsumierliche Social-Media-Arbeit, die Bewerbung eingehen auf die Community und dergleichen. Und ja, da können wir einfach mal, glaube ich, ein bisschen freimachen gebrauchen. Es ist, ich meine, von außen, und ich will mich auch nicht beschweren, es ist ein sehr cooler Job, sich mit seinem Hobby beschäftigen zu können und davon die Biete bezahlen zu können. Und das Hundefutter. Und das Menschenfutter auch übrigens. Aber man hat halt wirklich selten frei. Zu viel Menschenfutter in meinem Fall. Also wie gesagt, deswegen haben wir überlegt, was machen wir jetzt weniger in den nächsten paar Wochen. Und natürlich werden wir jetzt nicht aufhören, auf Twitch zu streamen, weil Twitch ist nun mal gerade der Ort, wo Pen and Paper stattfindet und wo wir auch viel stattfinden. Aber ich glaube, das ist am ehesten zu verschmerzen, wenn wir jetzt über die Feiertage kein Live-Programm machen. Wir hatten uns das ja wirklich immer so vorgenommen, dass wir während die richtigen Fernsehsender Pause machen über Weihnachten und Silvester, außer in fiktiven Filmen mit Bill Murray, wo an Weihnachten live gestreamt wird. Machen wir das trotzdem. Machen halt ein großes Streamerton oder sowas. Aber das war halt eine Pandemiesache. Während der Pandemie war das einfach verschmerzbarer. Und jetzt haben wir gesagt, komm, die Sache sparen wir uns jetzt dieses Jahr mal ein. Wir machen auf Twitch eine Pause. Wir bereiten dafür andere Sachen vor. Ihr kriegt jetzt die nächsten zwei Wochen auf dem Let's Play-Kanal, glaube ich, fast jeden Tag ein Video. Das sind entweder Sachen, die auf Twitch gestreamt wurden, wie die Shadowrun-Sache jetzt von der Dreamhack. Diverse kleinere Sachen, die wir als Let's Play gemacht haben. Pirate Borg müsste jetzt schon online sein, wenn das Video her live geht. Und ein paar Sachen, die wir noch extra aufnehmen dafür, wie ein Herr der Ringe Let's Play, das wir noch zu zweit machen. Und eine Sache, die es bisher nur für unsere Patrons gab, nämlich die Fortsetzung von Frostmaiden. Also D&D, Icewind Dale, Rhyme with a Frostmaiden, ist ja eine Kampagne, die bei uns auf dem Twitch- und YouTube-Nehmen-Kanal für 26 Folgen lief. Ich glaube, das waren zweieinhalb Jahre oder sowas. Ja, kommt hin. Und dann hatten wir so ein Teilfinale und haben gesagt, Termine werden immer schwieriger. Die Gruppe ist auch nicht so harmonisch. Wir machen jetzt hier einen Schlussstrich, aber wir spielen das trotzdem für unsere Patrons in einer anderen Besetzung ganz locker weiter. Weil das war ja als lockere Kampagne geplant, wurde aber dann irgendwie immer unlockerer. Und dann haben wir es mit Bayern Epic, Hazel und Walker weitergeführt. Haben da bisher sieben Folgen gestreamt. Nur intern auf YouTube für unsere Supporter. Und aus den ersten vier Folgen davon habe ich jetzt einen Mega-Cut gemacht, der jetzt auf dem Let's Play-Kanal landet. Direkt zu Weihnachten am 25. geht das live. Und das ist ein neunstündiges Video. Ich habe einfach alles rausgeschnitten, was nicht Teil des Spiels ist. Oder das meiste davon. Also das ganze Vorgeplänkel, Nachgeplänkel, Klopausen, Regeldiskussionen. Ich muss Dinge nachschlagen. Ich habe ein neues Intro gemacht. Ich habe ein neues Layout gemacht mit KI-freien Avataren. Wir hatten ja, weil die ihre Charaktere aus Belgien mal spielen, die Neuzugänge, da hatten wir damals mit Mid-Journey die Avatare einfach schnell erstellt. Und jetzt inzwischen haben wir gesagt, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr benutzen. Das ist nicht cool. Wir haben so viele IllustratorInnen im Freundeskreis, die uns erklärt haben, warum das eigentlich total scheiße ist. Für den privaten Gebrauch natürlich völlig okay. Aber was wir machen, ist ja schon irgendwie kommerziell. Also entweder heuern wir jetzt Leute an, die das für uns zeichnen. Oder Maggie, wenn sie Bock hat, macht es einfach selber. Sie kann das nämlich ziemlich gut. Und ja, und deswegen haben wir das einfach überarbeitet. Und das kommt jetzt auf den Let's Play Kanal. Außerdem unser D&D Lab gibt es einen Mitschnitt. Ungefähr 70 Minuten von unserem Dungeon Crawl. Der landet dann da auch. Und der Rest ist entweder recycelt von Twitch, von Patreon oder aus dem Podcast. Ich habe auch eine Podcast-Folge, eine unserer Hörspielfolgen genommen und die nochmal ein bisschen mit Bildern unterlegt. Ganz faul einfach. Oh, welche wird das? Das war Epilog von dem Sternenlarve-Larb. Oh. Also wir haben ja live gestreamt im November, wie wir, nee, im Oktober war das schon. Im Oktober zu Halloween am Rande der Heinz-Con hatten wir ein Cthulhu-Larb, das haben wir live gestreamt. Der Ton war nicht so geil, weil der Raum komplett gekachelt war. Also haben wir einen Erklärungspodcast gemacht, der eine Fortsetzung war von dem Plot des Larbs, aber das gleichzeitig halt auch nochmal zusammengefasst hat, was im Larb passiert ist. Das lief auf unserem Hauptpodcast, Orkenspate.tv Labert. Wir haben ja im Grunde drei verschiedene Podcastquellen. Dafür, dass wir kein Podcast sind, das ist sehr viel. Ja. Und weil das da halt nicht so viele mitkriegen und es vielleicht Leute interessiert, die das Hauptvideo nicht geguckt haben, wegen des Tons, habe ich es jetzt nochmal mit einem Bild versehen und auf den Let's Play-Kanal geladen. Da kommt es dann auch über die Feiertage. Und das ist gut. Wir haben das mit Erik zusammen aufgenommen. Ich war vorher kritisch. Ich bin generell sehr kritisch, auch was unsere eigenen Sachen angeht. Und ich finde es richtig gut. Das ist ja so ein Ding, das wir jetzt auch neu angefangen haben. Wie gesagt, wir haben ja einen automatischen Podcast. All unsere Videos landen im Orkenfeed. Das ist ein Fan-Projekt, das momentan von Mirko betreut wird. Und das nimmt einfach von YouTube alle Videos und macht daraus einen Podcast-Feed. Also ganz automatisch, ob das jetzt passt oder nicht, ob das ein Video ist, was sich für einen Podcast agiert oder nicht, es landet da halt. Und ihr könnt das auch abonnieren, anstatt es auf YouTube zu gucken. Eigentlich ist das für uns doof, wenn wir nicht sind, weil wir wollen, dass ihr die Sachen auf YouTube guckt. Aber nachdem wir jetzt erfahren haben, dass sehr viele uns eben lieber als Podcast konsumieren, wollen wir das natürlich auch anbieten. Es wäre halt schön, wenn ihr es dann trotzdem noch auf YouTube kommentieren könntet oder liken oder sowas, damit YouTube nicht denkt, wir würden da nicht mehr stattfinden. YouTube hat auch einen eigenen Podcast, also YouTube Music heißt das, glaube ich. Da landen auch sehr viele unserer Let's Plays automatisch. Und das wird, glaube ich, als Vue gezählt. Bin mir aber nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Und dann gibt es halt noch den offiziellen Podcast, Orkenspeiter TV labert. Da landen nur so drei, vier Sachen im Monat. Teilweise sind das Cthulhu Let's Plays, die ich nochmal aufgepimpt habe, nur die Tonspur genommen, wenn sie sich dafür eignen. Das Doppelstchen also mit dem anderen ein bisschen. Und dann sind das halt Sachen, die wir wirklich, Mike und ich zusammen, einfach als Podcast einsprechen, die normalerweise zuerst an unsere Patreons gehen. Also der Patron hat auch einen Podcast-Feed. Und dann mit Verzug landen, die normal in Orkenspalter TV labert. Und dann gibt es noch den dritten Podcast, nämlich eben den Patreons-Feed. Und da sind auch viele Sachen einfach exklusiv. Und darunter eben diese Hörspiele, die wir machen. Wir machen es ja oft so, oder wir haben jetzt dieses Jahr angefangen, Solo-Abenteuer zu spielen. Oder einer von uns war auf Lab. Und dann erzählen wir in-game einer anderen Person, was wir da erlebt haben. Also zum Beispiel, ich spiele ein Cthulhu-Solo. Und dann ist Maegi die Psychologin, die mich danach verhört, nachdem ich im Krankenhaus bin. Und ich schildere ihr, was mir passiert ist und warum ich in dieser geistigen Verfassung bin. Oder Maegi war auf einem Lab. Vampire zum Beispiel. Und ruft dann in einer Radioshow an und erklärt mir, was gerade auf diesem Vampire-Lab passiert. Und das entwickelt dann teilweise nochmal impromäßig so ein weiteres Narrativ, das gar nicht Teil des Plots war ursprünglich. Das haben wir jetzt halt vier, fünf Mal gemacht. Teilweise haben wir es dann auch öffentlich gestellt, einfach um zu zeigen, was wir da auf Patreon machen. Und eines davon ist halt dann im öffentlichen Feed gelandet. Und jetzt kommt es auch auf den YouTube-Kanal zurück. Es ist immer interessant zu gucken, welche Sachen eignen sich eigentlich für einen Podcast, welche für ein Video und welche für beides und woraus entsteht dann was. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn wir wirklich ein Podcast wären. Dann könnten wir einfach sagen und die guten Sachen kriegen auch noch ein Video. Jetzt haben wir aber leider mit der ganzen Sache angefangen, als Podcasts noch nicht wirklich ein Ding waren. Richtig, ja. Aber ich mag die Vorstellung tatsächlich davon, dass wir Leute begleiten, wenn sie mit den Hunden rausgehen, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind und zum Einschlafen, das sind so Rückmeldungen, die ich bekomme. Das mag ich irgendwie die Vorstellung. Deswegen finde ich das schön, dass das mit dem Podcast funktioniert. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt eben die ganzen Sachen, die wir über Weihnachten auch auf den Nebenkanalen hochladen, im Hintergrund laufen zu lassen, wie man sonst halt Weihnachtsmusik mit Hinsel und Sterzel im Album der Öffentlich-Rechtlichen anmacht. Hattet ihr das nicht irgendwie so so gemütlich-volkstüblerisch Weihnachtsmusik im Hintergrund laufen, während man den Baum dekoriert. Ja, klar. Das kann man jetzt ersetzen durch weniger weihnachtlich, aber vielleicht weniger volkstümliches Orkenspalter-TV, in dem ihr interagiert, liked, Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Und in dem ihr wiederkommt, zum Beispiel, wenn ihr zu den Leuten gehört, die Twitch live schauen, wenn wir dann im Januar, Ende Januar wieder anfangen. Ich fange Anfang Januar wieder an. Du kommst dann später zu. Also ich werde ganz regulär ab Januar wieder mittwochs irgendwelche Let's Plays streamen und auch andere Sachen, Talks. Vielleicht auch irgendwelche Videospiele. Aber du machst eine Pause bis Ende Januar, Anfang Februar. Mal gucken, vielleicht noch länger, wie lange ich dich da fernhalten kann. Ich weiß, ohne Magie ist nicht das Gleiche, aber ich... Vor allen Dingen für mein Ding nicht das Gleiche. Es ist umso mehr wert, wenn du wiederkommst dann irgendwann. Ja. Sagen wir mal so. Haben wir alles? Ja. Sehr gut. Hervorragend. Tschüss.